5.04 Uhr. Guten Morgen, Freunde. Wir zwei Idioten fliegen jetzt nach Frankreich. Ich habe Bock. Let's go. Ob du mehr da bist? Komplett. Ja, Freunde. Und damit herzlich willkommen in Frankreich, Mr. Flo. Das geht. Endlich sind wir in Frankreich angekommen, Freunde. Es war so ein Abfuck. Ja, es war auf jeden Fall anstrengend. Jetzt auch mit dem Auto ein bisschen Heckmeck gehabt. Aber wir sind jetzt da. Unser Plan für den Urlaub ist auf jeden Fall, dass ihr schon mal so ein bisschen Bescheid wisst, surfen gehen, skaten gehen, eine nice Zeit haben, den ein oder anderen Tornado zünden. Mindestens das. Und vielleicht noch die ein oder anderen witzigen Spiele einbauen. Mal schauen. Oh ja, wir haben ein gutes Game für euch. Das erzählen wir euch später mal. Ja, ist nice. Aber jetzt heißt es erstmal ins Surfcamp fahren. Wir haben jetzt so eineinhalb Stunden Fahrt vor uns. Wir haben eine richtig geile Kalle eigentlich bekommen. Ja, voll. Zeig doch mal. Draußen kann ich leider nicht filmen, weil draußen ist ein bisschen zu windig und so. Aber... Wir haben halt das günstigste Modell eigentlich genommen. Und wir haben sogar einen kostenlosen Upgrade bekommen, weil wir einfach so süß sind. Weil das so ein süßes ist mit deinem Süßfahrt. Ja, ohne Scheiß. Wir hatten eigentlich so ein Kackauto mit Gangschaltung normal. Wir bekommen einfach eine Automatik. Ja, ist nice. Wir finden die wie ein Upgrade, wenn wir wollen. Na klar. Na klar nehmen wir ein Upgrade. Ja, Leute. Geiles Upgrade auf jeden Fall. Jetzt fahren wir zum Surfcamp. Wir sind im Longwave Surfcamp, aber das zeige ich euch dann. Machen wir eine kleine Roomtour und so. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, wenn ihr die Vlogs feiert. Und jetzt müssen wir irgendwie hier Audio connecten, Alter. Ja, Mann. Damit wir richtig fett Sound reinschallern. Let's go. Warte, ich teste mal was. Okay, funktioniert. So, Routes eingestellt. Eine Stunde 45. Ich habe richtig Bock, Junge. Ich würde sagen, wir fetzen los. Let's go, Junge. Freunde, da ist das gute Stück. Da ist unser Haus. Ich freue mich. Longwave. Wir sind endlich da. Bei den Longwaves. So, hier ist die gute Stube. Longwave. Moini. Willkommen in unserer Hoodie. Ja, sind schon da. Nice, hier geht es rein. Eingangsbereich. Dann geht es hier nach oben. Geile Bretter. Uiuiui. Und dann geht es hier hinter zu unserem Zimmer. Hier haben wir übrigens unser Klo. Ein kleines Bad. Sehr nice. Da vorne haben wir den Aufenthaltsraum. Und hier ist unser Crip. Nein, das ist aber feines Zimmer. Ich freue mich schon auf Kuscheln, Flo. 1,40 Meter? Das wird richtig kuschelig, Leute. Auch entspannt. Es ist halt wirklich ein 1,40er-Bett. Aber, ja. Was willst du mal, ey? Was willst du mal, ey? Und wir haben eine nice View nach draußen. Hier unten steht übrigens unsere Karre. Richtig geil. Wir haben ein kleines Upgrade bekommen. Und ich muss sagen, sehr, sehr schönes, entspannendes Zimmer. Ich war ja letztes Jahr schon da. Und da war ich das erste Mal surfen. Aber da waren die Wellen nicht so top. Und ich konnte halt noch gar nichts. War noch angeschlagen wegen meiner Schultern so. Aussehen. Deswegen ist dieses Mal das wirklich richtig erste Mal surfen, würde ich fast sagen. Wobei, ich habe schon ein paar Wellen geschafft und so. Mal gucken. Ich hatte keine einzige Surfstunde, außer von dem. Hela, aber du scheiße. Ich denke gar nichts. Ist doch so. Nichts habe ich nicht gekriegt. Junge, ich werde so dich zerfetzen und surfen, Junge. Hier ist schon mal ein Wetsuit. Mal gucken, ob der passt. Mein Koffer ist am Start. Und ja. Laptop ist auch mit dabei. Damit wir natürlich schmackhafte Gaming-Videos und so einfüllen können. Aber wir sind so fertig. Wir hauen uns jetzt, glaube ich, kurz mal aufs Ohr. Und dann gibt es später Abendessen. Ist richtig geil hier. Gibt es nur veganes Essen? Ja, vegan, vegetalisch. Ja, richtig nice. Oh, scheiße. Das Essen letztes Jahr war auch schon mega geil. Dieses Jahr heute auch richtig nice. Und wir haben draußen noch einen Pool und sowas. Ich kann es euch, glaube ich, zeigen. Komm, wir zeigen euch mal. Das ist schnell von der Bude. Das ist noch ein anderes Zimmer. Jetzt sind wir auch noch zur Auswahl gestanden. Oh. Haben sie mal abgelehnt. Es hat ein eigenes Bar, sogar im Zimmer drin, aber kein eigenes Klo. Und draußen haben wir einen kleinen Pool am Start mit Bar. Da gibt es dann auch Abendessen. Richtig nice. Und irgendwo da hinten ist das Meer. Da checken wir vielleicht später auch noch hin. Ja, so ist das Leben hier. Ich denke, ich bin komplett am Ende. Du merkst ja. Ich krieg gar nichts hin. Oh, erst mal schwer aus. Leg dich rein ins Bett zu mir. Ist geküttelt. Ja. Ich denke, du stinkst aber auch. Oh Gott. Wir haben auch ein neues Game, oder? Was wir hier spielen. Ich kann es euch mal ganz kurz vorstellen. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an meinem Fuß riechst? Ich denke, dein Fuß stinkt schon heftig. Ich würde sagen, das ist eine glatte 8. Eine 8. Okay, wir ziehen jetzt von 3 runter. Und wenn ich... Er muss eine Zahl sich ausdenken. Zwischen 1 und 8. Und wenn ich die gleiche Zahl habe, wie er, muss er an meinem Fuß schnüffeln. Und dann geht es aber auch kein Video vorbei. Und dann geht es einfach. Man muss es einfach tun. Wenn man da rein... Also wenn man das macht, dann muss... Also wenn man eine Wahrscheinlichkeit sagt, dann muss man es tun auch immer perfekt. Deswegen kann man sich ja die Wahrscheinlichkeit zwischen 1 und 20 auswählen. Weil bis das da die gleiche Zahl rauskommt, ist es eh geisteskrank. Bis 20 ist das... Bei so richtig krassen Aufgaben. Frank, bist du bereit? Ja. 3... 2... 1... 3... Mach! Ah! Ja, okay, dann musst du es nicht machen. Schade. Aber das Game werdet ihr noch ein paar Mal sehen, glaube ich. Das wird richtig nice. Ich werde den richtig quälen, den Boy. Ich bin müde. Ja. Ich habe einen kleinen Nap gemacht. Kannst du uns nochmal zeigen, wie du surfen gehst eigentlich? Pass auf. Du bist so ein hässlicher Alter. Wie kann man so ein hässlicher sein? Schreit ihn euch an. Genau so. Das ist euer YouTuber. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du reinspringst? In den Pool? Yes. So wie du bist. Der muss eigentlich noch sauber gemacht werden heute, ne? Uhr darfst du ausziehen. 10. So wie ich bin mit Cap auf, ohne Cap. Ohne Cap. Und ohne Uhr. Ja. Zehner. Zehner? Zehn. Hast du einen Tag? Ja. Okay. Drei, zwei, eins, zehn. Zehn. Du nimmst einmal die höchste. Hast du Bock? Ich habe ein bisschen Bock, dass es bestimmt ausfällt, Alter. Das ist mega krass. Du musst deine Uhr ausziehen. Ist schon. Soll ich dir einen Handy rollen? Kannst du dir einen Lachenhanduch holen, du Arschler. Neue Hose, Alter. Danach bin ich auf jeden Fall wach. Bin gespannt. Oh. 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 Das ist Arschkrei. Oh. 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 Es ist wahrscheinlich kein Spiel. Trag sie. Oh. 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 Du kleiner Hund! Und, war gut, oder? Soll ich was sagen? Was soll ich sagen, Bro? Man geht einen Takt ein. Man muss es machen, wenn man es verkackt. Wie du den Zähn nimmst den Trattel. So Freunde, Essen ist fertig. Sehr, sehr nice. Flo hat Hunger und hat schon eins zu sitzen. Wir haben gerade richtig nice gegessen. Hier gibt es immer jeden Tag geiles vegetarisches, veganes Essen. Hat super gut geschmeckt. Was haben wir gegessen, Flo? Knottcheese! Wir hatten richtig nice Knottcheese. Und das hier habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Und zwar ist es hier so der Chill Space. So ein bisschen Frühstücksraum, Aufenthaltsraum. Da gibt es dann morgen früh Frühstück. Richtig nice. Ich habe jetzt schon Bock drauf Pancakes und so. Und hier draußen ist noch so ein bisschen Terrasse am Start. Wie dunkel ist denn das hier? Es ist sehr dunkel. Ihr seht schon. Hier kann man auch außen rum laufen. Hier chillen wir ein bisschen. Flo ist am Start. Die anderen sind hinten beim Pool noch. Aber wir haben uns ein bisschen zurück gezogen. Denn Arbeit! Ich habe noch ein Thumbnail gemacht für das Gaming Video morgen. Und schneidet den Vlog, den ihr gerade seht. Deswegen macht gerne ein Like da. Und ein Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische um halb neun. Spätestens schieben wir mal halb neun auf. Morgen 10.30 Uhr geht es surfen, Guys! Surfen! Ich habe richtig Bock. Morgen Frühstück wird geil. Dann surfen. Es wird nice! Schaltet morgen wieder ein. Oder übermorgen. Je nachdem, wann das Video kommt. Bis dann, machts gut! Bah! Ciao! F mais! Wie wahrscheinlich ist es, dass du dieses Bier ausdrinkst? Ah...Tornado oder was? 1 zu 2. 3, 2, 1 1 Ich hab auch Abfahrt Abfahrt und damit bis morgen Tschüss